Hi und guten Morgen, hier ist Chris von Fotoerlebnis.eu. Schön, dass du wieder dabei bist heute bei unserem Live-Shot. Ich habe euch heute einen kurzen Quick-Tipp. Wie du vielleicht weißt, bin ich Fan, ne, ich bin Fan meiner DSLR-Kamera. Das hängt einfach damit zusammen, dass sie noch weniger Strom verbraucht im Augenblick wie eine SLR-Kamera, eine Systemkamera. Wenn wir draußen sind, unterwegs sind, kann es auch mal sein, dass wir mehrere Tage auf unserer Fotoreise keine Möglichkeit haben, unsere Akkus neu aufzuladen. Und dann ist es eigentlich ganz gut, wenn ich auch mal fokussieren kann und durchgucken kann, ohne dass ich die Kamera einschalten muss und sie da deshalb Strom verbraucht. Und das Thema, was wir heute haben, ist der Fokus, ist das Fokussieren. Meine Kamera hat, die Kamera hat schärfe Punkte im Fokus, im optischen Fokus. Und immer, egal ob du Portraits machen möchtest oder mal eine Landschaftsaufnahme, die schärfe Punkte sind immer genau da, wo ich sie eigentlich brauche. Beziehungsweise sie gehen eigentlich meistens nie, die Fokuspunkte gehen eigentlich nie weit genug an den Rand raus. Beim optischen sogar. Das ist ein eklatanter Nachteil von diesen Kameras, dass die schärfe Punkte immer genau so ein Stück vor meinem Objekt, das ich schärfstellen will, aufhören. Das ist beim Portrait so, das ist bei Landschaftsaufnahmen so. So, was mache ich da? Oder woran liegt das? Das liegt ganz einfach daran, dass eine DSLR-Kamera anders scharf stellt, wie eine Digitalkamera. Es gibt zwei unterschiedliche Techniken. Es gibt einmal die Phasenerkennung und die Kontrasterkennung, nach denen die DSLR scharf stellt. Die Phasenerkennung funktioniert ähnlich wie bei meiner alten Leica. Und zwar der Schnittbildindikator, mit dem habe ich mich vorher scharf gestellt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das noch. Das sind zwei Kreise, ich lege die mal auf die Seite. Das sind zwei Halbkreise, die ich in Übereinstimmung bringe, dann ist mein Bild scharf. So ähnlich funktioniert auch die Phasenerkennung bei einer DSLR-Kamera. Es wird von der Kamera oder vom Sensor wird im Prinzip das Bild, das ich aufnehmen will, in zwei Halbbilder aufgesplittet. Und sobald die stimmig übereinander liegen, ist das Bild scharf. So, mein zumindest die Kamera. Darum habe ich meine scharfe Punkte und die liegen dann alle nicht so weit draußen, wie ich sie gerne hätte. Anders ist es bei Digitalkameras, da habe ich die Kontrasterkennung. Und zwar geht es dann ganz einfach so, da wird auf dem Chip direkt ermittelt, wo die höchsten Kontraste sind. Und sobald die erkannt werden, geht die Kamera davon aus, dass das Bild einfach scharf ist. So, was hat das für mich dann jetzt für Konsequenzen? Das ist ganz einfach. Weil die DSLR hat im Prinzip zwei Modi. Wenn ich mit der Kamera ganz einfach durch den optischen Sucher fokussiere, dann arbeite ich mit der Phasenerkennung im Prinzip. Das heißt, ich muss mich mit der rein optischen Technik zufrieden geben. Wenn ich jetzt aber mit dem Live-View arbeite und fokussiere. So, wenn ich mit dem Live-View fokussiere, habe ich die scharfen Punkte viel weiter außen, weil er mit der ganz anderen scharfe Erkennung arbeitet, wie jetzt die optische Erkennung. Das heißt, im Prinzip, ich habe die scharfe Punkte, kann ich viel weiter außen setzen, im Prinzip, wie durch den optischen Sucher. Manchen Kollegen gefällt es nicht, die sagen, wenn ich schon eine Digitalkamera habe, wenn ich schon eine hochpreisige DSLR-Kamera habe, dann mag ich das nicht haben, dann muss das gefälligst funktionieren. Ich persönlich bin der Ansicht, wenn ich die Möglichkeiten habe, dann nutze ich sie auch. Sprich, wenn ich jetzt scharf stellen will und mir reichen die scharfen Punkte im Fokus nicht oder im optischen Sucher nicht, dann stelle ich eben um auf den Live-View und stelle da scharf. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel gerade bei Landschaftsaufnahmen draußen, über den Live-View scharf zu stellen, komplett manuell. Das ist zum Beispiel dann jetzt noch die Alternative. Das ist auch ein Thema, was ich auch empfehlen kann, wenn ihr die Kamera auf ein Stativ gestellt habt und einfach den Autofokus abstellt und den dann über den Live-View fokussiert bzw. scharf stellt. Dann könnt ihr auch nur ein- und aussumen und dann ist das Bild auf jeden Fall scharf. So, das wollte ich euch heute Morgen kurz zurufen. Wenn ihr also eine DSLR habt und euch die Messpunkte innen nicht weit genug außen legen, dann probiert doch einfach mal im Live-View. Der Live-View funktioniert anders. Er funktioniert zwar nicht direkt mit der Kontrastmessung, sondern mit einem Hybrid-Auto-Fokus-System, was die Kontrastmessung und die Phasenerkennung miteinander mischt. Wie das funktioniert, darauf gehe ich näher in meinem Podcast ein, Erlebnis-Fotografie. Den kannst du dir gerne anhören. Den kann ich dir an dieser Stelle ans Herz legen. Aber wenn dir, wie mir, die scharfe Punkte eben im optischen Sucher nicht reichen, dann probiere doch mal ein Live-View aus. Vielleicht kommst du dann auch mit deinen scharfen Punkten weiter raus, wie bei meiner Kamera. So, jetzt wünsche ich dir einen schönen Montag, einen schönen Wochenstart. Ich hoffe, dass bei dir heute die Sonne scheint. Wenn ja, geh raus, fotografier. Wenn nicht, fotografier, schau im Studio. Ich wünsche dir einen schönen Tag und viele tolle Shootings. Bis dann. Bis dann.